Und mein letztes Lied, leider schon, ist ein eigenes Lied, das habe ich für euch alle geschrieben heute. Es ist auf Deutsch, also wenn ihr irgendwie den Text mal mitbekommt, dann könntest du gerne mitsingen. Geht's bei dir schon? Dann haltet uns nichts auf, okay? So. Genau, nein, ich finde es alle laut sein, wie ihr wollt. Okay. Eins, zwei, drei, also eins, zwei, drei, vier, warum seid ihr alle hier? Fünf, sechs, sieben, acht, ich hoffe, ihr habt ne gute Nacht. Habt ihr es mitbekommen? Wollt ihr mitsingen? Ja. Okay, und eins, zwei, drei, vier, warum seid ihr alle hier? Fünf, sechs, sieben, acht, ich hoffe, ihr habt ne gute Nacht. Ich danke euch allen, dass ihr heute zu dieser Show gekommen seid. Es ist wirklich nicht selbstverständlich zu dieser späten Zeit. Ich sing hier oben schon für ne echt geraume Ewigkeit und ich will hier echt nicht schleimen, doch meine Wenigkeit weiß es sehr zu schätzen. Eure Zeit ist doch sehr wertvoll und ich weiß nicht, was ich hier genau sagen soll. Doch ich hab noch zwei Minuten und deswegen sing ich einfach noch einmal. Und alle, eins, zwei, drei, vier, warum seid ihr alle hier? Fünf, sechs, sieben, acht, ich hoffe, ihr habt ne gute Nacht. Sing hier oben hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mach jetzt weiter mit der nächsten Strophe, die ich singen werde froh und heiter. Die Musik war mir in letzter Zeit ein wichtiger Begleiter. Doch mit ihr erklimme ich wahrscheinlich niemals diese Leiter. Doch das ist okay, denn dieses Business erlaubt keine Fehler. Ich will nicht erwachen mit Albträumen von meinen Ent und Träger. Und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie es weitergeht, aber das ist egal, denn wir alle singen noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, warum seid ihr alle hier? Fünf, sechs, sieben, acht, ich hoffe, ihr habt ne gute Nacht. Ich danke vor allem dem Kuss, dass ich hier heute Abend stehen darf. Umgeben von all diesen zukünftigen Superstars. Oder Leute, die waren alle toll bis jetzt, oder? Ganz genau, ja. Doch langsam muss ich weitermachen, also sing ich noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, warum seid ihr alle hier? Fünf, sechs, sieben, acht, ich hoffe, ihr habt ne gute Nacht. Ich weiß, es ist schon spät, ich sollte langsam gehen. Drum sag ich nun auf Wiedersehen. Dankeschön, Dankeschön. Und eine Sache noch, können wir alle meiner Mama gute Besserung wünschen. Sie kann heute nicht da sein, weil sie krank ist. Also alle zusammen gute Besserung, Draganas Mama, okay? Eins, zwei, drei. Gute Besserung, Draganas Mama! Danke Leute! Wuhu! Komm! Ciao! Danke, Dragana. Du. Ja! Danke!